Ihr habt nichts dagegen, wenn ich vorlaufe? Oder willst du vorlaufen schauen? Das sieht einfach so witzig aus. Das zieht einfach durch dich durch. Hier ist ein Sack. Ne. Ich muss eben Licht anmachen. Ey, ohne Spaß, warum bringt dann Feuerzeug in der Hand mehr als die Leuchtfackel, die in der Hand hat? Und der macht die schon wieder aus, wenn ich jetzt hier durchgehe. Hier hinter ist es still. Aber ich bin jetzt einfach hier durchgegangen. Alter, hinter ist es einfach unheimlich still. Das ist ja ein Überraschungseffekt. Achtung, Schledermausgleich. Ich spüre da. Ah, hier kann man ein Dynamit dran machen. Hier ist ein Dynamit-Symbol. Hat einer das? Natürlich hat jeder von uns das Dynamit. Wir sind alle voll. Da machen wir eine Dynamit-Kiste. Oder hat jemand schon ausgewürstet? Ne. Nein, werf ruhig. Okay. Macht euch bereit, dahinter könnte was Großes sein. Boah, perfekt, Jan. Ah, das ist mal ein langer Frame-Anbrot, das hat passiert. Das ist aber nicht am Spiel. Ähm, noch ein Dynamit. Deswegen braucht man so viel Dynamit hier. Ja, wir können ja auch gleich nochmal die fünf Schritte zurückgehen und wieder auffüllen. Wirft einer? Ja, wir müssen ja eh wieder raus. Ich mach schon. Ja, aber bis jetzt gab es ja schon mal Ausgänge, die am Ende davon sind, ne? Können wir sagen, dass wir nicht wieder rauskommen, von wo wir bekommen sind. Drei, zwei, eins, boom! Nochmal? Nein, wir sind durch. Noch ein großer. Echt? Der trampelt hier wieder, ja? Oben ist der. Oh, irgendwas lacht hier. Oben. Hauptsache, der hüpft ja nicht hier runter. Irgendwas lacht. Babys. Habt ihr gehört? Ja. Kommt der nach direkt? Ja. Da sind zwei, das ist so eine Spinne. Das ist eine Spinne und... Ne, Babys und wahrscheinlich so ein dicker, warte mal. Nein, da ist auch eine Spinne. Hinter dem Ding. Tötet die Babys. Tötet die Babys. Nicht zu den Eingeborenen laufen. Tötet die Babys, hinter dir, Jan. Tötet die Babys. Tötet die Babys. Tötet die Babys. Alter Tobak. Musst gucken, ob es tot ist. Ich muss gucken, ob es tot ist. Ganz sicher. Hier ist Medizin und Seile. Ja, ich hab genug Medizin gehabt. Seile ist auch schon voll. Moment. Ja, aber ich hab die Seile ja angemessen. Ich hab den genommen schon. Geh weg. Lass mich ran. Lass mal einen echten Mann ran hier. Kommt man da unten rein? Soll ich das aufmachen, Jan? Der Koffer. Woher was dann? Was aufmachen? Vorsicht, gleich hau ich dich. Jungs, hier ist auf jeden Fall noch was irgendwo. Pass mich raus. Ja, irgendwo müsste ja noch so ein dickes Ding sein, ne? Der Taucher. Hier rein vielleicht. Hau mal. Ran da. Kababunga. Durch da. Vorsicht, Feuer. Nicht anzünden. Kassette? Hier sind ein paar Koffer mit einer Kassette im Maul. Ja. Die Kassetten hören wir uns gleich mal an. Was wir da reinhören dürfen. Hier ist Alkohol. Hier ist Schokolade. Oh ja, das nehm ich. Wo ist Alkohol? Da war Alkohol. Wo denn? Oh, hier ist ein Papierschnittspittel. Passagier gefunden. Ich hörte den Alkohol, da hab ich gern was von Mollys machen. Ah, man wechselt die Pfeile, wenn man nach unten guckt mit dem Bogen und Erden rückt. Okay. Hier ist ein Seil, womit wir wieder nach oben kommen könnten. Hier liegt was, ne? Ein Zettel, was ich fast nicht nennen kann. Radar kann halt so sein. Person who is true. Ah, wow. Ja. Bitte noch ein bisschen kürzer da lassen. Wie viele Medikamente hier sind? Ja, wahrscheinlich. Weil irgendwo... Da sollte vielleicht ein fetter Gegner kommen oder so. Ich hör mir mal die neue Kassette an. Oh, ne, nicht den Molli werfen, du. Noch nicht. Oh, Kawabunga hier. Da, es gibt ein Repair-Tool, sehe ich gerade durch Zufall. Wo denn? Man kann ein Repair-Tool machen, indem man zwei Sticks nimmt, einen Stein, zwei Stoff und zehn Harz. Habe ich alles nicht. Also, einen Teil davon habe ich nicht. Dann müssen wir das mal machen. So, haben wir alles. Wollen wir jetzt hier hochklettern? Repair Structures, ja, das kann man tatsächlich dafür benutzen dann. Komm mal. Aber ich vermute mal, wir werden da gleich einen alternativen Ausgang für uns finden. Ich denke mal, wir werden nicht über den selben Weg zurückgehen. Aber ich denke mal, wir finden irgendwo wieder Dynamite, das wird jetzt die Schwierigkeit sein. Seven Sticks like Dynamite. Aber, wir halten mal fest, immer noch keine Taucherausrüstung. Oh, ist hier oben nichts? Oh. Wahrscheinlich geht das nur weiter nach oben. Da musst du aufpassen, weil die nicht runterfällt, ey. Und dann muss man sich die Taucherausrüstung craften. Wahrscheinlich kommen wir da oben gleich raus, an die Luft. Dann? Äh, nein. Man findet die? Ja. Okay. Das ist ein langer Weg nach oben, doch. Mein Güte. Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt aber raus. Vielleicht waren wir gerade da in der anderen Höhle, hätten wir irgendwie in eine andere Richtung gemustert, wären wir vielleicht ins große Loch gekommen. Aber bei dem See konnten wir ja nicht runtertauchen, weil wir ja nichts sehen unter Wasser. Wir haben ja wenig Hunger, doch. Ja. Dann vielleicht ist das der Weg. Vielleicht muss man von oben einfach runter springen. Ich lass dich das gerne testen, ja. Ich, ich, ich. Aber wenn das deine Theorie ist, dann werde ich nicht auch... Bist du draußen, Leon? Ich bin draußen, ja. Okay. Ich lass mal, lass mal hier ein Lagerfeuerchen bauen. Guck mal, wir sind sogar in der, an der, ne, oder? In der, in der Nähe vom Loch, ja. In der Nähe sind wir. Sollen wir ein Lagerfeuerchen bauen, Pause einlegen und, äh, was zu essen. Wir laufen zurück. Ne, wir können eben zurücklaufen, da ist ja nicht weit. Wo ist bei dir zurück? Ja, zurück zum Lager. Aua. Oh, sorry. Ach, der Pilz war auch nicht giftig. Sehr gut. Wasser. Die kann man lustigerweise essen, aber ein Problem, so wie es aussieht. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, ob man alle essen kann, aber ich glaube, die meisten. Katschu, Kavabunga. Kavabunga, Junge. Kassada. Vielleicht ist ja hier in der Nähe vom Loch wirklich noch irgendwo in der Höhle. Ist das Loch hier? Ja, hier ist das Loch. Ja, okay, ich werde fast geradeaus reingeraufen, einfach weiter. Du wolltest doch jetzt mal ausprobieren, ob man einfach runterspringen kann. Achtung, Gegner! Na los, Jan, komm! Jump! Okay. Jetzt ernsthaft? Was mit den Sachen, die du verlierst, Jan? Ich schubst dich. Da war ein Bait. Hey, hier ist noch eine Höhle. Oh. Noch eine. Sollen wir da auch noch eben reingehen? Wo ist eine Höhle? Hier. Wo bist du vorne? Können wir eigentlich machen, ne? Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Ja, komm, Rainer. Los. Keine Zeit verlieren. Ich glaube, wir müssen da unten mal ein Lagerfeuer machen. Mich fröstelt es. Ich glaube, ich habe giftiges Wasser getrunken. Wasser ist Gift. Oh, dann ist hier so eine richtig tiefe Höhle. Ist gleich einfach dieselbe Höhle. Vielleicht sogar der selber Eingang. Nein. Nee, wir hatten hier keine... Keine Höhle. Da... Dieses Seil ist beruhigend, wenn man runterfährt. Noch. Irgendwie habe ich gerade gedacht, ich wäre übergefallen, ey. Mein Gott, noch mal runter. Wenn wir unten sind, lassen wir mal schnell Lagerfeuer machen. Tiefer und tiefer und oh leu. Und immer tiefer. Wir erforschen die Höhle. So, warte. Lagerfeuer. Da liegt was im Wasser, aber ich kann es nicht sehen. Jan, kannst du eine Leuchtfackel da reinwerfen? Nein, hier geht aus. Sicher? Ja. Ich kann einen Pfeil anzünden und da rein. Schwimm doch einfach mal da rein und hol es da raus. Ja, aber ich kann es nicht greifen. Warte, vielleicht hilft dir das. Jan, schwimm da jetzt mal nicht lang. Leute. Oh, fuck. Es funktioniert. Was ist das? Brauchst du noch einen? Es leuchtet, da leuchtet was. Ja, das ist mein brennender Pfeil, Alter. Kriegst du nix mit oder was? Man kann auf die andere Seite tauchen. Bist du schon da? Ja, ich bin da. Tauch durch. Trust me. Ich habe Babys gehört. Und hoch. Wollen wir hier Lagerfeuer machen, dann brauchen wir zu essen. Warum auf einem Lagerfeuer essen, wo wir gerade waren? Ja, ich mache mir eins. Ich habe schon. Will wer Dyamita runterwerfen? Ich werde erstmal ne Fackel an da. Alter, ich habe viermal richtig viel verdorbenes Fleisch. Ja, einen Moment bitte. Ich muss mal die Lage checken da unten. Egal, hier, zack. Hey, lass mal echt ein Lagerfeuer machen und eben was essen. Lass mal da unten Lagerfeuer machen. Ja. Ich geh vor. Mutig, Jan. Mutig. Da ist er auf. Nicer Scheiss Jungs, hier legt Zeug rum. Und hier können wir speichern und schlafen gehen. Das ist richtig, heißt er da speichern. Benzin erstmal speichern. Tag 16 uhr schreib. Und hier geht's weiter. ich brauche unbedingt frisort von ich musste gerade irgendwie sechs stücke fleisch also wegschmeißen leon geh mal ins wasser du bist blut überströmt ich bin nicht blut überströmt alles gut so weiter jungs immer mit der ruhe da liegt essen drauf echt das für mich alles sind zwei stücke und ich habe fast nichts fahren soll ich benzin ins feuer gießen ach so da liegt noch ein stück drauf da kannst du haben ich bin seit jetzt alles klar wir sind im großen loch ja ja sind wir stimmt ja und übrigens da guck mal unten in die mitte wenn du das wasser getroffen hätte es hätte es vielleicht überlegen können da bin ich mir nicht so sicher aber ich habe richtig angst hier im dunkeln lang zu laufen ach immer heiter weiter ich bin auch nicht so sicher ob ich hier langlaufen würde wirklich kalt oh hier sind wieder ok hier ist alkohol kisten alkoholmedizin jetzt kommen wir aus der inneren erstmal besaufen nichts drin so viel medizin wir befinden hier ist ein witz dafür fünf mitnehmen können aber weg hier ist eine schatzkarte hier lag eine schatzkarte glaube ich das wird der baum angezeigt hinter dem wir den teil von der piste gefunden haben das heißt dann haben wir schon wo wird der baum angezeigt ja das ist der baum wo wir den teil von der piste hinter gefunden haben oder ich weiß nicht wo der ist aber du siehst du auf dem bild hättest du auch gerade gesehen wo ist denn die karte wo ist denn die liegt ja am boden die musst du aufgenommen haben ach so jo tatsächlich aber da haben wir ja die pistol geholt ja ok ja dann warte ich will noch ein bisschen dynamit nach unten werfen ja egal wir müssen weiter oder wollen weiter ich will weiter ich gehe weiter der leon direkt rush instant natürlich engage ja leon b-rush b-rush guys ooooh alter was denn hier los ja das muss laden das ist anscheinend gibt es jetzt viel zu tun für uns oh es geht weiter hinab noch weiter oh vielleicht kommen wir kommen wir gleich ganz unten ins loch ja ja ich sehe nichts da kommt wer ooooh erschreck mich so alter junge 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 ooooh macht einer das ninja baby fertig ich leuchte ab ooooh mehr binden oh nein mehr ninja babies im im ин ja hänge an erst einmal akku Ja, der hat noch Geld verloren. Nice. Jungs, wer traut sich? Wer springt? Ich würde gerne einmal gucken, ob wir vielleicht irgendwas ausleuchten können. Jetzt das Wasser? Aber erstmal hier lang kraxeln. Boah, ich... Also ganz ehrlich, ich würde echt gerne da runter springen, aber ich weiß nicht, ob ich da drüben kann. Da leuchtet was. Da ist ein Generator. Der hat eine Uhr. Und die Uhr ist weg. Wir müssen irgendwie nach unten. Ich habe da einen Feuerpfeuer reingeschossen. Also springen wir jetzt oder gehen wir da runter? Hier ist eine Kassette. Hier ist noch eine Uhr. Und ein Seil. Kommst du da nochmal hoch, Jan? Bevor du... Hier hoch komme ich nicht mehr. Okay. Dann ist es vorbei. Dann gucke ich mich eben hier oben an. Oben, oben, oben. Ist da ein Seil, wo du bist, Jan? Oh, hier irgendjemand... Irgendwann kreischt hier. Hier ist ein Seil, wo ich bin. Ja, aber halt nur nach unten. Okay, also bleibe ich auch erstmal oben hier. Äh, Sean, hier ist ein Baby. Was sind denn die Uhren? Im Inventar, Jungs. Weiß ich gerade nicht. Noch ein Baby? Alter, ist dieser Weg ja schmal. Lass mal das Baby. Jungs, wo sind denn die Uhren? Wo sind denn die Uhren? Ja, äh, guck mal einfach. Ich habe hier gerade keine Zeit, Jan. Noch mehr Babys, Sean. Noch mehr Babys. Einfach. Seid ihr auf der anderen Seite? Oh, sie sind eh gelassen, Alter. Vor allem sehen die alle gleich aus. Hat der vielleicht rüberkommen? Äh, sofort. Aber wir wollen hier eben ganz kurz gucken, Jan. Was hier noch so ist. Hier ist ein Seil nach oben. Was ist das denn? Kletter, äh, Dingens gefunden. Oh, das können wir gebrauchen. Was habt ihr gefunden? Climbing Axe. Ja. Ja, bring mal toll. Scheiße. Warte, vielleicht kann ich mich hier irgendwie hochblitschen. Climbing Axe. Jetzt habe ich die Climbing Axe natürlich nicht. Oh, ist das Leben hart, ey. Ja, aber wir kommen gleich sowieso, denke ich mal, nochmal darunter. Wo ist die Climbing Axe denn? Ah, hier. Kletter-Axe. Ja, sehr gut.